Musik Seit Jahren arbeitet Anonymous hart daran, unsere Welt und ihre Völker zu schützen. Musik Nun hört genau zu. Dies ist eine Warnung vor Überwachung. Die Privatsphäre der Menschen leidet auf der ganzen Welt immer mehr unter dem Profitquil der Reichen. Wir sollten dies nicht tolerieren. Die Kameras sind überall, auch am Himmel und Roboter werden verwendet, um Informationen zu sammeln und das Internet auszuspionieren. Wenn Regierungen und Unternehmen Netzwerke Überwachungstechnologien nutzen, um die Kontrolle über unsere Welt zu erreichen, werden sie die Freiheit im wirklichen Leben und im Internet vernichten. Das bedeutet, dass Anonymous nicht in der Lage sein wird, weiterhin dieser Menschheit zu helfen. Sie planen jede Form von Protest einschließlich Anonymous zu zerstören. Das bedeutet, dass Anonymous-Mitglieder verfolgt werden und neutralisiert werden, wenn wir uns nicht gegen diese Überwachung wählen. Die Bevölkerung ist nicht bereit, uns zu verstehen und uns zu helfen. Wir müssen den größten Widerstand in der Anonymous-Ära organisieren und alle notwendigen Mittel aufwenden, um die Wahrheit aufzudecken. Lasst es den größten Online- und Offline-Protest in der Geschichte der Menschheit werden. Sie zeigen uns, dass ihre Skrupellosigkeit keine Grenzen hat und zeigen wir ihnen, dass unser Widerstand weit darüber hinaus geht. Regierungen und Konzerne in aller Welt. Eure Zeit ist abgelaufen. Dieser Kampf wird uns zum Sieg führen oder uns zugrunde gehen lassen. Dies ist ein Rennen gegen die Zeit. Entweder wir handeln jetzt oder wir fallen. Eure Zeit ist ein Rennen gegen die Zeit. Eure Zeit ist ein Rennen gegen die Zeit.